Dieser Ford Focus steht hier zum Verkauf. Der blaue Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei 248.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2008. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 109 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017